Wie sehr ich mich freue, meinen Anmoderationssatz zu sagen und deswegen 3, 2, 1, Hallilo netzlich! Willkommen zurück zu Forza Horizon 5 hier auf dem Pixel-Lating-Kanal mit mir, dem Ray. Denn viel zu lange ist es her, dass ich genau das so gesagt habe. Ich glaube, drei, fast schon vier Wochen ist es jetzt mittlerweile. Das ist echt, echt hart, wie wenn man krank ist, es einen so ein bisschen aus dem Leben holen kann. Wer es nicht mitbekommen hat, ich habe euch zwar versucht, bei mir über meinen Twitter-Kanal zu informieren, beziehungsweise auch hier auf dem Community-Tab. Mich hat es tatsächlich nach langer, langer Zeit auch mal mit Corona erwischt. Und nach Corona musste noch ein grippaler Infekt irgendwie noch reingrätschen. Und das hat mich jetzt schon so ein bisschen ausgenockt. Und vor allem hat es mich extrem geärgert, nichts machen zu können. Es stehen so viele geile Dinge an, nicht nur in Forza Horizon, sondern auch mit anderen Projekten hier auf dem Kanal. Und ja, die gehen alle weiter, keine Sorge, da kommen sogar auch noch neue Projekte mit hinzu. Ich meine, es steht jetzt auch dann die Expansion in Forza Horizon 5 an. Und ja, immerhin da rechtzeitig bin ich wieder fit, beziehungsweise nahezu fit. Also ich bin immer noch nicht bei 100 Prozent, aber ich würde sagen schon auf über 90 Prozent. Und da freue ich mich jetzt drauf. Unter anderem, ja, in den letzten Wochen ist dieses Schätzelein, was ihr hier ja schon seht, im Hintergrund, im Spiel erschienen. Der Audi Sport Quattro S1, den kennen wir natürlich schon aus zum Beispiel Forza Horizon 4, also aus dem Vorgängertitel. Aber am Anfang war er eben hier nicht drin. Er kam eben vor ein paar Wochen über die Festival-Playliste mit rein. Und ich dachte, komm, das ist doch ein super Fahrzeug, um mit ordentlich Power, ja, und ordentlich Tradition hier wieder, ja, in den Alltag der Videos einzusteigen. Und deswegen gar nicht lange schnacken, wir gehen direkt mal raus und fahren ein bisschen. Und vielleicht machen wir auch gleich so ein kleines Kripp-Rennen, Schrägstrich-Rally-Rennen, was wir hier irgendwo haben. Da müssen wir doch irgendwo eins hier in der Nähe haben. Genau, machen wir das doch einfach mal. Fahren wir jetzt einfach mal erstmal so in der Serie. Und ich meine, die Serie ist ja auch schon wild. Ich glaube, Audi Sport Quattro S1 Gruppe B sollte jedem so ein bisschen ein Begriff sein, ja. Also die Rally-Fahrzeuge heute sind natürlich auch verrückt. Gerade jetzt die neuen WRC-Fahrzeuge mit Hybrid und so weiter, also schon technisch eine ganz andere Nummer. Aber die Gruppe B damals mit Fahrzeugen von 450 bis zu 600 PS. Und ja, das sind Rally-Fahrzeuge, keine Rally-Cross. Klar, im Rally-Cross fährt man gerne mal 500, 600 PS. Ja, in der Regel sogar auch wirklich diese 600 PS. Aber das ist dort was anderes. Aber in normalen Rallys und dann halt in den 80er Jahren, wo die Technik dann im Vergleich zu heute natürlich nicht so fortschrittlich war, ja, das sind schon richtige Monster. Und ich glaube, das werden sie auch immer bleiben, weil auf dieser Leistungsebenen, ja, wird die Rally, die wir jetzt sehen, nie wieder kommen, ja. Also das ist schon, schon verrückt einfach. Und natürlich steht eben dieser Audi Sport Quattro S1, ja, sinnbindlich irgendwo auch für die Gruppe B. Okay, obwohl man sagen kann, er hat nur eine einzige Rally-Etappe gewonnen, ja. Also das Fahrzeug oder mit dem Fahrzeug wurde nie eine Weltmeisterschaft gewonnen, sondern tatsächlich nur eine einzige Etappe, um da einfach gleich mal ein bisschen Fakten zu trocken. Und zwar Walter Röhrl, natürlich, wer sonst, hat 1985 die San Remo Rally damit gewonnen. Aber das blieb dann auch der einzige Sieg tatsächlich mit dem Sport Quattro. Ich meine, die Konkurrenz ist ja auch nicht schlecht, ne. Da vorne sehen wir zum Beispiel auch den Ford RS 200. Das war ja auch ein Gruppe B-Fahrzeug, der da ganz vorne in blau ist. Beziehungsweise das da vorne ist tatsächlich die Serienversion, wo man ein bisschen weniger Leistung hatte als die Gruppe B-Variante. Und genauso ähnlich ist es ja auch beim Sport Quattro, ja. Man erinnert sich vielleicht zurück an Let's Play Folge 233. Das war übrigens eine Trüffolge, also eine Autowunschfolge. Da habt ihr euch nämlich den Audi Sport Quattro gewünscht. Also das Homologationsmodell, das Serienmodell von dem hier. Also die folgt gerne mal auschecken. Da habe ich ja schon ein paar Facts quasi zum Fahrzeug gesagt. Und um da vielleicht auch geschichtlich gleich mal so ein bisschen auch einzusteigen. Oder beziehungsweise auch ein paar Sachen zu wiederholen. Und zwar war es ja so, dass Audi 1981 in den Rallysport eingestiegen ist. Und das mit dem Audi Quattro. Ganz wichtig, Audi Quattro, nicht Audi Sport Quattro. Ja, da müssen wir ein bisschen unterscheiden. Also die haben den Audi Quattro, das Straßenfahrzeug genommen, als Rallye-Fahrzeug umgebaut. Und ja, ein Jahr später, 1982, wurde man damit auch gleich Markenweltmeister. Und 1983 wurde man mit Hannu Nikola sogar Fahrer-Weltmeister in der Rallye-Weltmeisterschaft. Und klar, der große Wow-Effekt war natürlich der Quattro. Der permanente Allradantrieb hatte da... Oh, das ist ganz schön rutschig, das Ding. War da natürlich der ausschlaggehende Punkt. Das war dann was wirklich Krasses. Und damit konnte man sich einen Vorteil verschaffen. Allerdings hat die Konkurrenz damals nicht geschlafen und hat dann eigens für die Rallye-Weltmeisterschaft Fahrzeuge entwickelt. So gar nicht quasi Serienfahrzeuge genommen und die als Rallye, als Gruppe B-Fahrzeug quasi umgebaut, sondern wirklich ein komplett neues Fahrzeug entwickelt. Und klar hat es damals auch Straßenvisionen davon gebraucht, also sogenannte Remodivationsmodelle. Aber trotzdem hat man in erster Linie ein reines Rallye-Fahrzeug, ein reines Rallye-Monster gebaut. Und davon abgehend dann eben diese Remodivationsmodelle. Und da war dann halt Audi mit dem ganz normalen Audi Quattro ein bisschen chancenlos. Und so musste natürlich Audi reagieren. Und so entstand dann ja der sogenannte Kurze. Weil im Vergleich zum Audi Quattro ist der Audi Sport Quattro nämlich ein bisschen kürzer im Radstand. Also ein bisschen schon so ein bisschen Rallye-Wagen typisch. Ich meine, heutzutage die Rallye-Fahrzeuge sind ja auch alles eher schon Kleinstwagen. Ja, wenn man so ein Hyundai i20 oder so jetzt zum Beispiel nimmt. Und ja, und so ist dann eben der Audi Sport Quattro entstanden. Eben zu einem, wie schon gesagt, Let's Play Folge 233. Da haben wir uns ja schon die Serien des Homologationsmodells angeschaut. Aber in erster Linie ist natürlich das ganze Fahrzeug gebaut worden, um eben eine Rallye-Variante zu bauen. Und das ist nämlich der sogenannte Audi Sport Quattro S1. Mit diesem S1-Kürzel wissen wir schon mal, oh, das ist die Rallye-Variante. Und davon ausgehend, um das Ganze geschichtlich einfach mal noch weiter zu spinnen, ist es so gewesen, dass dann kurz an später auch schon eine Evolutionsstufe kam, weil der S1 hatte schon hier und da so ein bisschen seine Problemchen. Und so musste das Fahrzeug weiterentwickelt werden oder wurde weiterentwickelt. Und so ist die erste Evolutionsstufe entstanden. Oder wenn man es möchte, die zweite Version. Die wurde kurz Evo 2 beziehungsweise E2 genannt, also Audi Sport Quattro E2. Und der große Unterschied, der sichtliche Unterschied war, dass der E2 doch schon mal einen deutlicheren Heckflügel bekommen hat. Und vor allem auch vorne, ja, ich sag jetzt mal so ein Pflug, so ein richtig krasser Splitter. Und ja, man kann jetzt eins und eins zusammenzählen. Genau das hier ist ein E2. Auch wenn hier im Spiel jetzt hier auch nur S1 steht. Es ist tatsächlich der E2. Es ist auch so, dass man von einem S1 E2 sprechen kann. Oftmals wird aber das S1 eigentlich gestrichen. Und man spricht dann einfach nur vom Audi Sport Quattro E2. Ja, hier im Spiel wurde das jetzt ganz komisch gemacht. Das E2 wurde ignoriert und S1 blieb bestehen. Aber ja, ich kann euch versichern, das hier ist definitiv der E2. Ja, und um das noch weiter zu spinnen. Ja, irgendwann gab es ja dann diesen großen Unfall. Ich glaube, es war in Finnland, wenn es mich jetzt nicht täuscht. Bin mir aber selber gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, die Gruppe B ging ja dann zu Ende nach diesem Unfall 1986. Und Audi hat sich dann komplett sogar aus dem Rallysport zurückgezogen. Also nicht nur aus der Gruppe B, sondern komplett aus dem Rallysport. Und trotzdem kam aber nochmal der Audi Sport Quattro E2 oder S1 E2, wie ihr auch wollt, nochmal in einer ganz besonderen Form zurück. Und zwar beim Hillclimb von Pikes Peak. Und das war natürlich auch die krasseste Version. Da hat man nochmal mehr Aero draufgepackt. Und ja, so verrate ich schon mal. Die Aero von Pikes Peak kann man hier auch draufzimmern. Das werden wir auch noch gleich tun. Und ja, das Ding war natürlich dann nochmal richtig heftig. Das hatte dann auch fast 600 PS. Also war ein richtiges Monster. Und ja, aber Monster ist es ja trotzdem. Und ich würde sagen, um da einfach auch mal mit Zahlen zu sprechen, gehen wir ganz kurz zurück zu unserem Häuschen. Da können wir nämlich auch im Forza Vista Modus nochmal ganz kurz reingucken. Und das Coole ist ja auch, dass sie uns die Möglichkeit geben, hier wirklich in den Modoraum zu schauen. Denn dann kann ich auch nochmal konkret werden, was die Leistung betrifft. Auch wenn das natürlich bei Rallye-Specs immer ein bisschen schwierig ist, weil je nach Rallye, je nachdem welches der Fahrzeuge, es gab, glaube ich, so knapp 20 Audi Sport Quadros wurden gebaut. Also Rallye-Audi Sport Quadros. Insgesamt gab es ja über 200 Audi Sport Quadros, wenn man die Serienversion mit dazu nimmt. Aber die Rallye-Varianten gab es natürlich nur so knapp 20. Und natürlich ist die Leistung, die man hier aus diesem 2,1 Liter Reihen-Fünfzylinder rausgeholt hat, auch immer ein bisschen unterschiedlich. Aber um da einfach jetzt mal kurz das Datenblatt hier mit einzublenden, sehen wir, dass wir in der Version, die wir jetzt hier im Spiel haben, 476 PS und 480 Nm Drehmoment haben. Wir haben ein 5-Gang-manuelles Schaltgetriebe hier. Das ist ganz interessant. Es gab ab dem E2 auch Varianten mit einem Doppelkupplungsgetriebe. Und das kam tatsächlich von Porsche. Porsche war ja damals schon ein bisschen weiter, was Doppelkupplungsgetriebe betrifft. Aber jetzt hier in dem Fall haben wir die manuelle Schaltversion. Ja, gewichtstechnisch sind wir bei so circa 1,1 Tonnen. Der Sprint von 0 auf 100 gelingt in 3,1 Sekunden bei diesem Audi Sport Quadros S1. Ja, je nachdem natürlich mit Doppelkupplungsgetriebe, glaube ich, war es sogar unter 3 Sekunden möglich. Also ja, da gibt es unterschiedliche Werte, je nachdem halt, wie viel Leistung auch so ein bisschen drinsteckt. Und die Höchstgeschwindigkeit bei der Version, die wir hier haben, ist bei 220 kmh erreicht. Aber um da auch mal vielleicht konkret zu werden, wo liegen denn die Leistungen? Also begonnen hat es beim S1 von so circa 450 PS bis zu 500. Mit der Evolutionsstufe 2 waren dann sogar bis zu 530 PS möglich. Und wie schon gesagt, bei der Pikes Peak-Variante waren wir sogar bei fast 600 PS. Also schon krass. Ja, das Ganze ist Single-Turbo aufgeladen, wie wir jetzt hier gerade auch schon sehen, hier links. Und dementsprechend aber auch hat der Audi Sport Quadros schon ein ziemlich krasses Turboloch. Das ist zum Beispiel auch, warum mir aus der Gruppe B Fahrzeugen, bin ich ganz ehrlich, gefällt mir zum Beispiel der Lancia Delta S4 ein bisschen besser, weil der hat ja einen Kompressor und einen Turbolader. Ja, der hat beides. Und das sorgt halt dafür, dass dort halt nicht so wirklich ein krasses Turboloch ist im Vergleich jetzt zu dem hier. Den musst du nämlich echt hoch immer in der Drehzahl halten, damit du dem so ein bisschen entgehen kannst. Daher freue ich mich natürlich auch, wenn wir dann mal auch so ein bisschen das Anti-Lag und so bekommen, dann mit dem Update zum DLC beziehungsweise zur Expansion. Dann können wir da auch ein bisschen entgegenwirken, zumindest mal beim Start. Ja, aber jetzt gucken wir einfach mal, was wir machen können. Hier sehen wir auch nochmal schön hier Walter Röhrl und Christian Geistdörfer. Das war ja die Kombination. Aber wie gesagt, Röhrl gelang es nicht damit, Weltmeister zu werden. Er wurde zweimal Weltmeister, nicht mit Audi. Einmal mit Opel und einmal war es mit, oh Gott, war es mit Lancia? Oh Gott, jetzt habe ich es natürlich wieder vergessen. Auf jeden Fall nicht mit Audi. Okay, halten wir das fest. So, das ist die Hausaufgabe für euch. Ergänzt mich gerne nochmal. Mir fällt es gerade nicht mehr ein. Mit was wurde er noch Weltmeister? Mit Opel, mit dem Opel Axe Krona wurde er Weltmeister. Und? War es ein Lunchjahr? Ich bin mir gerade selber nicht mehr sicher. Egal. Sei es drum. Man kann nicht immer alles wissen. So, auf jeden Fall. Guck mal, hier ist das Ersatzrad. Sehen wir hinten auch noch drin liegen und so. Auf jeden Fall gucken wir auch ganz kurz nochmal rein. Sieht nämlich schon ganz wild aus. Sehen auch, wenn man reinguckt, auch schon mehr oder weniger direkt, dass es eben die Schalter-Version ist. Einfach auch mit dem Kupplungspedal und allem. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob die Doppelkupplungsvariante vielleicht nicht auch ein Kupplungspedal zum Anfahren oder so hatte. Ist ja auch alles nochmal ein bisschen anders. Aber ihr seht auch schon, wie das Ganze ja ist. Das ist schon geil, oder? Ja, also so richtig klassisch altes Fahrzeug und so. Ist schon geil. Schon, schon sehr, sehr geil. Und Schalt-LED ist dieses Orange, was ihr da in der Mitte seht. Ja, das leuchtet dann auf, wenn ja in einen hohen Drehzahlbereich kommt. Ist quasi das Schalt, der Schaltblitz sozusagen. Ja, richtig geiles Ding auf jeden Fall. Cool hätte ich es natürlich auch gefunden, wenn wir so quasi von allen drei Kits gehabt hätten. Also so wie er in der S1 in der Standardvariante war. Also noch ohne den großen Flügel. Und ja auch noch ohne den Splitter und so weiter. Also quasi mit dem planken Unterbodenschutz, den man vorne sieht. Dann eben in der E2-Variante wir ihn haben. Und dann eben nochmal zusätzlich in der Pikes Peak. Ich meine, beim normalen Quattro, um da ganz kurz drauf zu gehen, haben wir ja mehr oder weniger, also beim normalen Audi Sportquattro haben wir ja mehr oder weniger das Rally-Kit, was wir da ja auch schon angebracht haben. Man sieht es ja hier zum Beispiel. Das ist ja quasi genau so sah er quasi ja in der S1-Variante aus. Ich hätte es nur cool gefunden, wenn wir ihn quasi auch beim entsprechenden S1 jetzt hier so ihn aussehen hätte lassen können. Also als normaler S1. Aber gut, es ist halt eben nicht der, sondern wir haben eben, ich wiederhole nochmal den E2. Und deswegen gehen wir da jetzt auch ganz fix nochmal drauf zurück. Und ich hätte mir jetzt gedacht, wir machen mal, oder wir machen heute mal zwei Aufbauten. Denn ich habe schon ein bisschen gespickelt. Und ich habe gesehen, wir können auch ganz normale Straßenreifen beziehungsweise Semislicks draufzimmern. Und wir haben ja einen geilen Hill-Climb. Ich meine, damals war Pikes Peak tatsächlich noch hauptsächlich Schotter. Heutzutage ist aber komplett Asphalt. Und wir können ja quasi den alten quasi so jetzt auf den Asphalt-Hill-Climb einfach mal umrüsten. Deswegen würde ich gerne einen Hill-Climb-Monster machen. Natürlich mit diesen Reifen. Aber bevor wir das tun, bleiben wir erstmal so ein bisschen der Rally-Geschichte treu. Und dementsprechend würde ich jetzt aber trotzdem mal ein bisschen bessere Rally-Reifen draufziehen. Und vielleicht machen wir einfach auch mal so eine 530-Pass-Variante. Das war so ein bisschen die stärkste Variante, die ja gefahren ist in der Rally, in der Gruppe B. Und ja, den Rest würde ich, glaube ich, erstmal lassen. Hier können wir ihn vielleicht ein bisschen rausholen. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Ähm, da kommen wir gleich noch dazu, zu den Kits. Hier ändern wir auch erstmal nichts ab. Also ich glaube, nee, genau. Wir können am Turbo nichts ändern. Können jetzt kein Twin-Turbo oder so draus machen. Äh, Getriebe. Ja, da könnten wir jetzt natürlich auf ein Renngetriebe gehen. Fände ich jetzt nicht verkehrt. Ähm, auch ein anderes Diff verbauen. Ähm, ja, andere bessere Bremsen fände ich jetzt auch nicht verkehrt. Nee, Fahrwerk haben wir ja quasi schon drin. Und leistungstechnisch. Ja, könnten wir jetzt aber mal gucken, was wir hier eben, äh, rausholen. Vielleicht wirklich über den Turbolader. Wurde ja auch hauptsächlich so gemacht. Ein bisschen mehr Ladedruck. Uh, okay, das ist aber zu krass. Nee, da sind wir zu weit. Das können wir dann nachher bei dem Hill-Climb-Variante machen. Okay, dann behalten wir das mal im Hinterkopf. Und ja, das sind wir doch ziemlich genau. 529 PS. Also sind wir ziemlich genau da, wo ich mir das Ganze vorstelle. Dann installieren wir das Ganze mal. Und dann passen wir natürlich auch im Feintuning vielleicht noch gleich ein paar Sachen an. Wobei, ich glaube, ich gönne mir trotzdem mal die, zumindest mal eine Stufe breiteren Reifen. Das sollte doch erlaubt sein. So. Und dann fahren wir auf jeden Fall gleich dann nochmal ein Rennen. Und danach würde ich auch direkt schon einfach mal so ein kleines Hill-Climb-Monster versuchen aufzubauen. Äh, Getriebe-Technisch würde ich ein bisschen kürzer machen wollen. Ein bisschen Radsturz sollte erlaubt sein. Stabby ist okay, erst mit dem ersten Blick. Das ist krass, ne? Fahrwerk, also das ist komplett unten und es ist trotzdem 20,5 Freiheiten, was auch reicht für Rally. Also wenn ihr jetzt komplett querfeld einmacht, dann kann man mehr machen. Aber so braucht es eigentlich nicht unbedingt mehr. Ich mache jetzt mal ein bisschen, aber in der Regel ist es mehr als ausreichend. Ja, Fahrwerk ist halt super, super weich. Bin ich aber in Forza Horizon kein so Fan davon. Da mache ich jetzt ein bisschen mehr. Ich glaube, das würde dem ganz gut tun. Und regele das dann über die Dämpfer so ein bisschen. Ähm, auch hier würde ich ein bisschen höher gehen wollen. So, das passt aber soweit erstmal. Ähm, hier würde ich sagen, machen wir das mal so. Und, ja, hier geben wir ein bisschen mehr Sperre auf die Hinterachse. Verteilung. Ja, normalerweise bekannt eher so mit einer 50-50-Verteilung. Ähm, ich mache jetzt mal eine 40-60. Und dann gucken wir einfach mal, wie sich's fährt. Bin ich mal gespannt. Schießt schon gut los. Ja, vor allem, wenn man sich mal so Aufnahmen anguckt von damals. Das ist schon verrückt. Wie die da da... Ja, schon gefühlt durch Menschenmassen hingefahren sind. Das Ding ist schon geil. Ja, der Lancia Delta S4 würde ich natürlich auffühlen, wenn wir der wieder in Forza hätten. Generell, Lancia wäre halt geil, wenn's wieder da wär. Aber keine Ahnung, was da der Grund ist. Es gibt zumindest mal kein offizielles Statement, soweit ich weiß, dass wir keinen Lancia haben. Geplant war's ja, denk ich mal. Denn es gab ja... Es gab ja... Bevor Forza Horizon 5 released wurde, einige Videos, wie sie zum Beispiel gezeigt haben, wie sie echte Aufnahmen von Fahrzeugen gemacht haben. Und da gab's ja unter anderem einen Lancia zu sehen. Auch ingame gab's schon einen zu sehen. Aber da wurde dann kurzerhand rausgenommen. Da gab's wohl, denk ich, so Lizenzprobleme oder so. Aber ich denke mal, nichts, was man nicht lösen könnte, wenn man nicht wollte. Aber ja. Schade auf jeden Fall. So oder so. Wir fahren jetzt nochmal eine Rallye-Etappe. Und ich mach jetzt einfach mal die, die ich so mit am liebsten fahre. Ne, nicht die. Jetzt muss ich kurz gucken, wo die nochmal startet. Ich vergesse es immer selbst. Äh. Hilfe. Ne, das ist es nicht. Äh. Wo startet die denn? Hier, wo Super 7 steht? Ne, eigentlich nicht. Doch. Doch, die müsste hier eigentlich irgendwo starten. Hä? Bin ich jetzt blöd? Wo ist meine Lieblings-Rallye-Etappe? Die ist aber weg. Hä, ist es wirklich da, wo jetzt Super 7 steht? Ne, das kann doch nicht sein. Äh. Es tut mir leid. Aber dieses Rennen verzögert sich um wenigen Sekunden. Ich finde, ich finde das Rennen nicht mehr. Hä, aber das ist doch als immer hier gewesen irgendwo. Moment. Wir kriegen das hin. Dört. So. Es ist... Hä? Das ist das hier nicht. Aber es ist hier unten. Das ist das? Ne. Hä? Das ist einfach weg. Willst du mich verarschen? Hä? Leute, ich finde die Rallye-Etappe nicht mehr, die ich immer sonst gefahren bin hier. Hä? Okay, das ist... Was ist passiert in den letzten Wochen? Ich finde die aber nicht mehr. Ja gut, dann fahren wir jetzt halt die hier. Aber hier war doch hier irgendwo... Also jetzt mal... Wenn man mal Tacheles... Es gab doch hier eigentlich immer so einen Rallye-Sprint, der hier so durchgeführt hat irgendwie, oder? Oder bin ich gerade völlig auf dem falschen Dampfer? Oder war das die hier? Nein, das war das nicht. Okay, I don't know. Ich finde es nicht mehr. Egal, fahren wir die hier. Hä? Ich bin voll verwirrt gerade. Wir sind hier, glaube ich, erst letztens noch im Multiplayer in Wheels bin, glaube ich, sogar noch gefahren. Verrückt. Einfach rausgeflogen aus dem Spiel. All righty. Versuchen wir es mal. Natürlich kann man auch gleich dazu sagen, wenn man das Fahrzeug natürlich entsprechend richtig fürs Spiel aufbauen will, müsste man natürlich statt die Rallye-Reifen, müsste man die Geländereifen natürlich wieder verbauen. Aber fand ich jetzt hier dementsprechend nicht, ja, stilsicher, sagen wir es mal so. Aber klar, um der entsprechenden Meiste rauszuholen, müsste man das machen. Aber ich ging es auch da mit innen, würde ich jetzt behaupten. Sorry. Ja, läuft schon ganz gut. Die fast 60 extra PS Die helfen doch ein bisschen. So, Alter. Ja, wer es nicht mitbekommen hat, auch letzten Donnerstag gab es im Übrigen keinen Playlist-Livestream, falls sich da vielleicht der ein oder andere gewundert hat. Diesen Donnerstag wird es aber wieder einen geben und diesen Donnerstag ist ja eigentlich auch was ganz Besonderes, weil diesen Donnerstag habe ich ja sogar Geburtstag. Also einen Geburtstag Festival-Playlist-Livestream. Das ist ja perfekt. Also gerne einschalten auf Twitch. Wenn ich da live immer mit dem Jahreszeitenwechsel, also ab 15.30 Uhr. Beziehungsweise, wenn dann wieder Zeitumstellung ist, ist es dann 16.30 Uhr, aber ab derzeit ist es 15.30 Uhr. Ja, und ab über Playlist, die dieswöchige Playlist habe ich tatsächlich auch noch nicht gemacht. So, Schande, Schande, Schande. Muss ich auf jeden Fall noch nachholen. So, und jetzt aber würde ich sagen, Rally-Part, zumindest mal der hier, beendet. Jetzt machen wir mal Hill-Climb. Und ich, äh, ja, ich gebe jetzt mal das Tuning trotzdem frei. Ist jetzt kein Meisterleistung des Tuning, gebe ich ganz ehrlich zu. Äh, ich nenne es einfach mal Group B. Ups, die Leerzeile hat er gar nicht gemacht. Und dann Max, so, weil das halt so das Maximum war an der Leistung, was er hatte. Zumindest mal laut meiner Datenrecherche. Wüsste jetzt nicht, dass er mal über 530 PS bei einem Rally-Einsatz hatte. Wie gesagt, wo er halt natürlich mehr hatte, war bei Pikes Peak. Ich wiederhole es nochmal. Und genau, dementsprechend gehen wir dem Ganzen jetzt so ein bisschen nach. So, wir gehen jetzt einfach mal in den Festival rein. Und dann bauen wir da einfach kurzerhand mal um. Ich würde aber auch sagen, designtechnisch machen wir erstmal Upgrade. So, und das wichtigste Upgrade, was wir jetzt natürlich machen, ist natürlich der dicke, dicke Ding. Okay, gut, Zusatzscheinwerfer gäbe es auch noch, aber genau das hier. Guck mal, da vorne kommt nochmal extra so so ein Splitter dran. Ah, schon geil. Und hinten wird es auch nochmal verrückt. Ich meine, wer denkt, das Ding ist ja schon ein heftiges Heckflügel-Paket, dann guckt euch mal das an. Bam, Alter. Das ist komplett insane. So, und jetzt machen wir aber hier, wie gesagt, die Full Slicks, äh, nicht Full Slicks, die Semislicks. Full Slicks könnte man natürlich theoretisch, glaube ich, auch machen, oder? Tatsächlich, wir könnten sogar Full Slicks machen. Wäre natürlich auch eine Überlegung. Ja, wenn man Full Slicks. Komm, wenn dann, wenn dann richtig, würde ich sagen. so, okay, dann, ähm, das haben wir ja alles schon. Dann würde ich sagen, ähm, wir machen jetzt auf jeden Fall mit dem Turbolader, da müssen wir aber die anderen Sachen wieder weg, weil ich würde sagen, wir machen auch genau diese 600 PS, die er ja auch hatte. Und dann sollte das ja eigentlich auch passen. Und das ist jetzt nur mal über den Turbo gelöst. Und dann stellen wir das ganze Fahrzeug so ein bisschen für den Hill Climb ein. Und das heißt schon mal, ja, eher, guck's, eher kürzeres Getriebe, würde ich jetzt mal behaupten. Und, äh, Ausrichtung, würde ich auch sagen, ein bisschen mehr geben wir ihm drauf. Das hat, wobei, hier würde ich, glaube ich, ein bisschen zurückgehen wollen. Äh, Stabi, würde ich ein bisschen dann schon härter auslegen. Gerade, weil wir jetzt auch nicht Offroad fahren. So, Federn, auf jeden Fall. Die müssen jetzt deutlich härter sein. Einfach auch gleich mit dem Grund, weil ich die Aero voll nach oben prügeln werde. Das machen wir vielleicht auch jetzt schon mal. Ja, ist schon gut, was der Anpressdruck da natürlich drin ist. Aber das brauchst du dann halt auch, um entsprechend, ja, um die Ecken zu kommen. Dementsprechend kann man auch die Übersetzung, glaube ich, nochmal ein bisschen kürzer machen. Gerade die hinteren Gänge brauchen dann gar nicht so lang übersetzt sein. Also, 2,70 machen wir trotzdem vielleicht mal. Das ist trotzdem mehr als schnell genug. Ja, hier gehen wir jetzt tatsächlich nach unten, weil ich würde es mal so versuchen. Und auch hier würde ich versuchen, etwas härter das Ganze einzustellen. So, Aerohammer, Bremse haben wir auch. Und ja, hier machen wir natürlich jetzt weniger Sperre. und ich würde ihm hier ein bisschen mehr geben. So, okay. Gucken wir nochmal, wie das Ding sich fährt. Jetzt designtechnisch. Gucken wir mal, ob vielleicht jemand das Pykes Peak Design gemacht hat. Da ist es ja auch schon. Perfekt. Dann nehmen wir das auch mal, oder? Oder gibt es da noch ein besseres? Okay, das ist auch geil. Das ist jemand da, die Dickenversion gemacht hat. Ah, hier ist auch nochmal Pykes Peak. Dann nehmen wir halt das her, oder? Sind, glaube ich, alle okay. Machen wir einfach mal. Ziehen wir drauf. Dumm, 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 dumm. Ja, das sieht auch gut aus. Auf den ersten Blick, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir könnten jetzt natürlich das Rennen machen, aber ich habe, ja, wobei, Rennen machen ist eigentlich vielleicht nicht verkehrt. Wobei, lass mich dann da ganz kurz was umstellen. Wir machen ohne. Wir machen mal ohne Treibatare. Weil bei Hillclimb fährst du ja eigentlich alleine, deswegen passen wir das mal an. Ja, das können wir ruhig Anything Goes machen, das ist egal. So, passt auf. Und dann machen wir mal hier drei Vatare auf aus. Äh, genau. Regen nass wollen wir es eben nicht haben. Heiter wollen wir haben. Äh, ja, kann schon Mittag sein. Bla, blub, bla, blub, bla, blub. Und let's go, würde ich sagen. Na, gucken wir doch mal, wie das Ding den Berg hochprügelt. let's go. Genau, cool mit dem großen Heckfügel, wie es Nummernschild dann von oben links dann wieder klassisch in die Mitte wandert. Der ist aber untersteuernd. Okay, Moment. Der ist ja unter, okay, der ist, äh, doch untersteuernder als gedacht. Äh, vielleicht war es dann ja doch nicht so die geile Entscheidung. Ähm. Ja, ich glaub, das Problem ist halt, er hat so viel Anpressdruck. Glaubt mir mal, wir brauchen härtere Federn. Glaubt mir mal ein bisschen mehr Sturz noch. So, jetzt aber komm. Du kannst das doch. Ja, besser. Ja, besser. Ich denke, das ist halt auch immer bei den Full Slicks, die brauchen einen Moment, bis sie funktionieren. Ich hab jetzt einfach mal auch ein bisschen den Reifendruck erhöht, dann arbeiten die etwas schneller. Klar, hinten raus könnten sie dann ein bisschen abbauen. Aber jetzt am Anfang funktionieren sie einfach schneller. Da liegt schon ein brutales Ding. Aber man merkt schon, dass er Aero greift. Aber wie gesagt, ihr müsst bedenken, er ist damals mit dem Pikes Peak eben nicht asphalttechnisch hochgefahren, sondern das war damals komplett Schotter. Richtig, richtig geiles, verrücktes Ding. In Dirt Rallye 1 konnte man das ja quasi nachfahren. Hab ich auch damals gemacht. Natürlich sehr leihenhaft. Ich glaube, heute würde ich mich da wahrscheinlich besser anstellen. Ein bisschen mehr Erfahrung mittlerweile, was sowas angeht. Bin's damals auch, glaube ich, sogar noch mit Controller gefahren in Dirt Rallye, weil ich damals noch gar kein Lenkrad hatte. Ja, aber Mythos Pikes Peak ist natürlich auch einfach geil. Auch jetzt mit der komplett asphaltierten Variante ist es immer noch halt eine geile Nummer. Wenn man Turbola da hört. Dürfte ruhig ein bisschen lauter noch sein. Ich kann noch viel schneller durch, der liegt echt krass. Also das ist natürlich jetzt keine perfekte Feintuning-Einstellung. Das ist klar, aber man merkt trotzdem im Ansatz, wenn man das Ding anschiebt und vor allem durch die Kurven jagt. Also man könnte da jetzt leistungstechnisch auch ruhig 700 PS drin haben. Das würde da gar nicht ins Gewicht fallen. Ja, geile Nummer. Ja, und ansonsten soll es das aber gewesen sein. Das war es mal wieder nach langer Zeit mit einer Folge und natürlich geht es jetzt auch wieder munter weiter mit Videos auf dem Kanal. Nicht nur Forza Horizon 5, sondern natürlich die anderen Projekte genauso. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr seid auch weiterhin mit am Start und ja, schön wieder da zu sein. Ich sage Tschüss, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschaui. Tschaui. ... Vielen Dank.